Herzlich Willkommen bei Life Changers. Hier treffen sich Neudenker und Lebensdesigner, um das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu formen. Du bist der Schöpfer deines Lebens und hier auf diesem Kanal erinnere ich dich immer wieder an diese Wahrheit. Hier bekommst du praktische Tipps und intelligente Strategien, die du sofort in deinem Leben umsetzen kannst und die dein Leben sofort angenehmer, einfacher, glücklicher und erfolgreicher machen. Unser Thema heute Hilfe, mein Boss überlastet mich. Heute beantworte ich eine Frage unserer Podcast-Hörerin Ramona und Ramona fragt, Ramona sagt, mein Boss überlastet mich und sie fragt, wie kann ich Stress und Überlastung reduzieren? Wie kann ich meinem Boss Nein sagen? Erstmal vielen Dank Ramona für deine Frage. Es geht vielen Menschen so wie dir. Es gibt Chefs, die machen sich einfach keine Gedanken, ob du Stress hast oder ob du überlastet bist oder nicht. Die wollen einfach ihre Aufgaben erledigt haben und Punkt. Wenn du selbstständig bist, dann kann es genauso gut ein Kunde sein, der alles sofort und jetzt erledigt haben möchte, der dich drängt, obwohl du gerade eigentlich etwas anderes, ein anderes wichtiges Projekt zu bearbeiten hast. Und wie kannst du da respektvoll und elegant Nein sagen zu deinem Chef oder zu deinem Kunden? Heute und hier bekommst du eine einfache Lösung, die funktioniert. Eine Lösung, die deinen Stress und deine Überlastung sofort reduziert. Ab jetzt, da nenne ich Chefs und auch Kunden der Einfachheit halber Chefs, weil in gewisser Weise sind ja deine Kunden, also deine Auftraggeber auch eine Art Chef für dich oder ein gleichberechtigter Partner auf Zeit für ein Projekt. Ja, was ist es denn, was Chefs wollen? Chefs und auch Kunden, die wollen zuerst kein Nein hören. Das mögen Chefs in der Regel gar nicht. Chefs wollen Respekt und Zuverlässigkeit. Und Chefs und auch Kunden, die wollen Aufgaben so gut als möglich erledigt haben und in der kürzesten möglichen Zeit. Und wenn dein Chef dann zu dir kommt und dir noch eine Aufgabe gibt oder dir das nächste Projekt überhelfen will, was kannst du dann tun? Zuerst einmal reagiere niemals ärgerlich oder gestresst. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Reagiere niemals ärgerlich oder gestresst. Niemals. Und warum nicht? Wenn du gestresst oder ärgerlich oder erbost oder frustrierst reagierst, dann zeigst du immer deutlich, dass du die Situation nicht im Griff hast. Dann zeigst du, dass du dich selber nicht managen kannst. Und so schiebst du dann die Verantwortung für deine Situation auf den Chef. Und vielleicht fühlst du dich in diesem Moment machtlos als Opfer der Willkür deines Chefs. Du fühlst dich wahrscheinlich mies, weil dein Chef anscheinend nicht bemerkt, dass du auch viel zu tun hast. Er respektiert dich und deine Arbeit nicht. Dieser blöde Kerl. Aber es ist nicht so, wie es erscheint. Es ist nie so, wie es erscheint. In Wirklichkeit bist du der einzigste Mensch, der für seine Emotionen und für die Reaktion auf das Ansinnen deines Chefs selbst verantwortlich ist. Du denkst vielleicht, dein Chef überlastet dich nicht nur, der hat ja auch noch deine Laune versaut. Nein, das hat er nicht. Das kann dein Chef gar nicht. Deine Laune versauen und dich gestresst fühlen. Das kannst nur du selbst, weil du entscheidest dich ja, wie du auf deinen Chef reagierst. Ärgerst du dich, dann fühlst du dich mies. Dann bist du wie eine Marionette, die an den Fäden deines Chefs hängt. Und dann fühlst du dich machtlos, weil dann bist du machtlos, weil du hast ja deine Macht abgegeben an deinen Chef. Wenn du mehr und mehr Arbeit annimmst und dabei leidest, überlastet bist, dich gestresst fühlst, dann ist das allein deine Verantwortung. Allein deine Verantwortung, nicht die deines Chefs. Dein Chef macht sich ja keine große Gedanken über deine Arbeit und auch nicht über deine Projekte. Er denkt auch nicht daran, ob du überlastet bist oder nicht. Er will seine Aufgaben fix erledigt haben und der wird mit weiteren Aufgaben zu dir kommen. Du bist verantwortlich, nur so viele Aufgaben zu übernehmen, wie du wirklich in bester Qualität und termingerecht übernehmen kannst. Und ich zeige dir jetzt, wie das funktionieren kann. Da dein Chef kein Nein mag, da gib ihm in Zukunft nur noch Ja's. Ja, ein ganz wichtiger Schritt. Dein Chef mag keine Ne's. Du gibst ihn also in Zukunft nur noch Ja's. Merke dir das gut. Und das mit einem Lächeln und immer ganz ruhig und bestimmt. Immer mit einem Lächeln, ein Ja, mit einem Lächeln, immer ganz ruhig und immer bestimmt. Ja, vielleicht fragst du mich jetzt, wie meinst du das? Es ist ganz einfach. Wenn dein Chef nächstes Mal mit einer Aufgabe zu dir kommt, ja, und die Aufgabe, die ist zu viel für dich oder die überlastet dich, dann sagst du mit einem Lächeln ganz freundlich Ja. Ja, Chef, das tue ich gern. Und dann sagst du freundlich und lächelnd und ganz ruhig und hochmotiviert. Du sagtest dir, du möchtest Projekt ABC bis zum Wochenende auf dem Tisch haben. Und die Sache mit der Versicherung, die muss ich ja auch noch abschließen. Was von beiden soll ich zurückstellen, um die neue Aufgabe zuerst zu erledigen? Ich wiederhole nochmal. Was von beiden soll ich zurückstellen, um die neue Aufgabe zuerst zu erledigen? Und nun hat dein Chef die Wahl, ja, und er fühlt sich gleichzeitig respektiert. Du hast Ja gesagt, du hast positiv reagiert. Was Besseres kann gar nicht passieren. Und gleichzeitig hast du deinen Chef gezeigt, dass du ja fleißig arbeitest, dass du immer bereit bist, dein Chef das Leben zu erleichtern, dass du zuverlässig bist und dass du auch nur ein Mensch bist, der ein bestimmtes Maß an Aufgaben erledigen kann. Und jetzt, in diesem Moment, hast du die Verantwortung für dein Leben, für deine Stimmung übernommen. Und Verantwortung zu übernehmen fühlt sich gut an, weil nun bist du kein Opfer mehr. Du hast die Situation im Griff. Du längst die Situation. Du erkennst vielleicht schon, du selbst entscheidest, wie du auf jede Situation des Lebens reagierst. Entweder bist du ein Opfer der Situation und dann ärgerst du dich, dann bist du vielleicht frustriert, dann fühlst du dich gestresst oder du übernimmst die Verantwortung und gleichzeitig die Kontrolle über die Situation. Und das fühlt sich dann gut an und dabei bist du immer ruhig und gelassen. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Ein Kunde will sein Projekt sofort erledigt haben. Er ist fordernd, dominant und er duldet keinen Aufschub. Wie könntest du reagieren? Also zuerst einmal, du weißt es schon. Ja, 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 lieber Kunde, das mache ich gern für Sie. Und jetzt geht's weiter. Pass gut auf. Am besten, du schreibst dir das mit. Also zuerst, ja, lieber Kunde, das mache ich gern für Sie. In dieser Woche, da bringen wir das Projekt für Kunde ABC zu Ende und nächste Woche, gleich am Dienstag, da beginnen wir dann mit Ihrem Projekt. Wir können am Dienstag, gleich am Morgen mit der Projektbesprechung beginnen oder wir können es auch am Nachmittag tun. Wann ist es Ihnen recht, lieber Herr Kunde? Und wieder hast du freundlich, klar und respektvoll aufgezeigt, dass du schnellstmöglich loslegen willst, dass du wirklich engagiert bist und du hast gesagt, ab wann das möglich ist. Und du hast den Kunden auch noch die Wahl gelassen, nämlich den Termin am Dienstag, am Morgen oder Dienstagnachmittag. Ich gebe dir ein letztes Beispiel. Vielleicht hast du auch zwei Chefs, die dich mit Aufgaben überhäufen. Das passiert auch manchmal. Und dann könntest du so reagieren. Wie immer? Ja. Ja, Chef, das erledige ich gern für dich. Gerade arbeite ich an einem dringenden Projekt für ABC und er möchte das gern bis zum Wochenende auf dem Tisch haben. Möchtest du, dass ich ihm eine Mail schicke und ihm bitte, dass er sein Projekt zurückstellt, damit ich dein Projekt zuerst erledigen kann? Ich kann dir eine Kopie der Mail senden oder reicht es, wenn ich sein Projekt zuerst zu Ende bringe und gleich nächste Woche mit deinem Projekt beginne? Und wieder übernimmst du die Verantwortung für die Situation und somit lenkst du die Situation. Du hast nun überhaupt keinen Grund mehr verärgert oder dich überlastet zu fühlen. Überhaupt keinen Grund. Wenn dein Chef etwas von dir möchte, wenn ein Kunde etwas möchte, dann beginne immer mit einem entspannten Lächeln und dem Wort Ja. Ja, lieber Kunde, das mache ich gern für dich. Oder ja, lieber Chef, das erledige ich gern für dich. Oder ja, Chef, das erledige ich gern für Sie. Das ist der erste Satz immer. Und dann erklärst du ganz ruhig deine Prioritäten und fragst dann, welche Priorität die wichtigere ist. Und dann lässt du deinen Chef oder den Kunden wählen. Und das fühlt sich gut an. Und jeden ist damit gedient. Und diese kleine Strategie, wende die wirklich gleich in deiner Praxis des Lebens an. Weil nur durch Üben lernst du diese kleine Strategie. Und das erspart dir so viel Ärger, so viel Stress und auch Frust. Ja, und wenn dir diese kleine Strategie helfen kann, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Und falls noch nicht getan, abonniere diesen Kanal. Alles Gute für dich. Tschüss, Marcel Megari. Halt, halt, halt. Noch ein kurzer Hinweis am Ende, der für dich wirklich viel bedeuten könnte. Vielleicht hast du schon von unserer Lifechangers Mastermind-Coaching-Gruppe gehört. Diese Gruppe formt sich gerade. Und wenn du schnell dabei bist, dann kannst du ganz am Anfang jetzt mit dabei sein. Und das hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Mitglieder unserer Mastermind-Gruppe, die werden ausgebildet im Prozess der Verwirklichung eines jeden Wunsches. Zwölf Monate lang eine Lehre zum sicheren Zielerreicher oder zum Wunscherfüller. Von der Vorstellung, von deinem geistigen Bild, vom Gedanken bis zur Realisierung deines Wunsches in deinem Leben. Hochinteressant und vor allen Dingen sehr nützlich für dich. Die erste offizielle 12-Monats-Ausbildung in diesen fast magischen Prozess, der aus sechs Schritten besteht, den du wirklich eins zu eins einfach nachmachen kannst. Und wenn du diesen sechs Schritte-Prozess dann beherrschst, dann kannst du damit ganz sicher einen Wunsch nach dem anderen erfüllen, bis du das Leben lebst, von dem du schon immer geträumt hast. Noch sind die Preise ganz, ganz, ganz klein. Wir befinden uns noch in der Testphase. Es kann sich jeder leisten. Und wenn du wirklich sicher lernen willst, wie du von der Vorstellung deines Wunsches in deiner Fantasie zur Erfüllung deines Wunsches, also zur Materialisierung deines Wunsches kommst, dann komm in unsere Mastermind-Gruppe, in unsere Life-Changers-Mastermind-Gruppe. Wir trainieren das hier jede Woche live. Für Infos schau dir bitte unser bestes Webinar an der sechs Schritte-Prozess. Den Link findest du in der Videobeschreibung oder in den Shownotes im Podcast. Wir sehen uns im Webinar. Ich freue mich auf dich. Alles Gute für dich. Tschüss, Marcel Megari. Tschüss so!